Ich möchte so viel spielen und meine Qualität zu dem Team bringen. Flank, Felscher, 65. Minute, 1 zu 0 für Geze, Rieder bereitet Superform, Felscher schliesst diesen Kontakt, das erste Geze. Geze wieder gefordert, flanke der Rieder, Tor, Hairovic, die prompte Reaktion der Hoffers, mit Hairovic der zur Pause. Rückseite, Felscher, ideal eingesetzt. Ausgeglichen, von der Rieder gingen immer wieder gute Impulse aus. Der Rieder, gut gespielt. Ballzeit mit Der Rieder. Der sieht Felscher. Felscher, da fehlt nur ein Zentrum. Freistoß, Der Rieder. Kopfball, Felscher, 38. Minute, 2 zu 1 für Geze. Doppelpass mit Der Rieder. Mustafi, 1 zu 0 für Geze. Orhan Mustafi. Der Rieder war der Mann der ersten Halbzeit. Die 52. Minute, dieser angesprochene Hairovic, schön der Pass zu Der Rieder. Das ist eine Premiere. Erstes Tor von Der Rieder in der Super League. Der Rieder beim anschließenden Freistoß. Er setzt ihn an den Pfosten. Riesenpässe. Daniel Der Rieder. War nicht zu stoppen. Erst bei Benito war fertig lustig. Der Rieder. Aus der Distanz und schwupps, flutscht der Ball ins Tor. Das war's für immer so. Aus der não – für uns. Doppelstoffat faktiskt nicht. Das war's für immer so. Das war's. Das große Kleinst. Dassel die Mannschaft. Die letzte Szene aber gehört den Zürcher, genauer gesagt Daniel, der Ritter, dem Besten, dem Auffälligsten, er ließ alles stehen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020